liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen news video vor wenigen minuten wurde ein weiteres lego marvel set enthüllt nämlich die 76 209 tors hammer oder wie er eigentlich heißt mjölnir das set wird am ersten märz erscheinen und besteht aus 979 teilen ein euro preis liegt uns leider noch nicht vor ganz einfach weil es das set zum jetzigen zeitpunkt der aufnahme noch nicht im deutschen lego online shop gibt allerdings im us amerikanischen und da kostet der 99 us dollar 99 deswegen gehe ich einfach mal davon aus dass wir auch hier in deutschland 100 euro dafür bezahlen müssen und wie ihr schon sehen könnt und wie sich das natürlich auch für ein 18 plus sammler set gehört gibt es nicht nur einen kleinen präsentation standfuß sondern auch eine bedruckte plakette wie wir sie zum beispiel schon von den star wars helmen kennen aber auch vom infinity handschuh und als neuerung praktisch gibt es diesmal endlich auch eine minifigur dabei nämlich tor das ist ja etwas was ich viele wünschen dass es zu den ganzen helmen und sonstigen 18 plus sammler objekten auch die passende minifigur gibt hier gibt es das diesmal und tor ist auch wieder nicht alleine sondern darauf gibt es auch noch ein extra nämlich so eine kleine abbildung von odins schatzkammer die sehen wir hier auch auf dem bild da ist dann die ewige flamme mit dabei ein infinity handschuh und da es sich hier eigentlich um odins handeln sollte müsste das eigentlich der für die rechte hand sein wenn ich mich nicht irre ist hier dann leider wieder falsch im lego set das scheint ja dann tarnos infinity handschuh zu sein was auch immer der in odins schatzkammer macht und als drittes haben wir dann noch den tesserakt und diese drei objekte die müssen nicht einfach so daneben stehen sondern die können als kleines easter egg dann auch noch im kopf von mjölnir verstaut werden insgesamt kommen wir hier bei diesem ensemble auf eine höhe von über 46 zentimeter und ich muss sagen der hammer wirkt eigentlich auch so als wäre das eine eins zu eins abbildung was mir leider nicht so gefällt ist dass am hammer kopf die verschiedenen details da sind glaube ich so runen und sowas drauf das fehlt ja leider das hat man weder mit drucken und überraschenderweise auch nicht mit stickern gelöst sondern der hammer ist einfach leer ich blende hier mal ein bild ein von der version wie wir sie aus den filmen kennen da sind an den verschiedenen kanten immer so ein bisschen dunklere verschnörkelungen noch drauf das hat man hier irgendwie komplett weggelassen leider bei lego und das lässt mich dann leider auch er mit so einem gemischten gefühl hier aus der sache rausgehen auf der einen seite müssen wir hier glaube ich mindestens 100 euro dafür bezahlen und auf der anderen bekommen wir dann aber mal wieder ein sammlerstück wo so die letzte meile fehlt wo dann die verzierung hier fehlen sage ich mal also da fehlt irgendwie lego in letzter zeit das hatte ich ja schon bei den star wars helmen bemängelt auch die der erste eindruck wirklich sehr toll aber wenn man sich da mal genauer anschaut ist dann immer noch irgendeine sache die nicht ganz so perfekt ist das sehe ich hier leider bei dem hammer genauso nichtsdestotrotz ich hoffe er kommt auch in den freien handel und ist dann mit rabatten verfügbar dann werde ich mir den sicherlich hier auch kaufen aber jetzt seid erst mal ihr gefragt was haltet ihr denn von dem hammer dem mjölnir schreibt es mir gerne unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst mir auch gerne ein like da und abonniert den kanal um keine zukünftigen videos mehr zu verpassen ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss